Ich bin Ebenen Nors für Investment Pitch Media. Great Atlantic Resources hat weitere vier Löcher seines Diamantbohrprogramms 2021 auf seinem Goldgrundstück Golden Promise in Zentralnöf und Land fertiggestellt, wobei weiterhin sichtbares Gold in Quarzgängen zu finden ist. Die zu 100% unternehmenseigene Golden Promise Liegenschaft ist eins der acht Liegenschaften des Unternehmens, die sich über eine Fläche von 25, 700 Hektar erstrecken und innerhalb des Neufundland Goldgürtels liegen. Diese Bohrungen sind Teil der Phase 2 der Diamantbohrungen in der goldhaltigen Jaslin-Zone, die sich in der nördlichen Region der Golden Promise Liegenschaft befindet und fünf goldhaltige Quarzgangsysteme beherbergt, nämlich die Jaslin Main, Jaslin Nors, Jaslin South, Jaslin East und Jaslin West Zonen. Die aktuellen Phase 2 Bohrungen werden bis zu 33 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 5000 Metern in der goldhaltigen Jaslin-Zone umfassen, wobei Bohrungen in der Jaslin Main Zone und der Jaslin Nors Zone geplant sind. Die Löcher GP 21, 152 und 153 wurden in der Jaslin Main Zone fertiggestellt, beide sind Definitionslöcher. Bohrloch GP 21, 152 Durchschnitt eine Quarzgeäderte Zone zwischen 46,9 und 49,6 Metern. Bohrum GP 21, 153 Durchschnitt mehrere Quarzadern mit sichtbarem Gold an zwei Stellen, innerhalb einer Quarzader, die zwischen 44,00 und 46,63 Metern durchschnitten wurde, und erneut innerhalb einer Zone mit überwiegend Quarzadern zwischen 66,90 und 74,48 Metern. Die meisten der geplanten Bohrungen in der Jaslin Main Zone befinden sich in der zentralen bis westlichen Region der Zone und testen über 200 Meter vertikale Tiefe. Zwei Bohrungen sind in dem Teil der Jaslin Main Zone geplant, um die Zone in 200 bis 350 Metern Tiefe zu testen. Die Bohrlöcher GP 21, 154 und 155 wurden in der Jaslin Nors Ader in der Nähe des Randes einer Zone mit goldhaltigen Quarzblöcken abgeschlossen. Beide Bohrungen durchschnitten sulfidhaltige Quarzgänge, wobei Gold in einem Quarzgang in GP 21, 154 vorhanden war. Das Unternehmen sammelte in diesem Gebiet im Jahr 2017 goldhaltige Quarzgeräuproben, darunter Proben, die 163, 208 und 332 Gramm pro Tonne ergaben, und erneut im Jahr 2020, darunter Proben, die 17,4, 26,7 und 157,6 Gramm pro Tonne Gold ergaben. Great Atlantic bestätigte während der Bohrungen im Jahr 2019 hochgradiges Gold in der Jaslin Main Zone, einschließlich oberflächennah Abschnitte mit 113,07 Gramm pro Tonne Gold über 0,55 Meter und 61,35 Gramm pro Tonne Gold über 2,04 sowie 15,8 Gramm pro Tonne Gold über 2,70 Meter, sowie einen Abschnitt mit mehreren goldhaltigen Adern in GP 19, 140 mit durchschnittlich 2,30 Gramm pro Tonne Gold über 25,25 Meter. Das Unternehmen meldete Ende 2018 eine NI 43,101, konforme, abgeleitete Ressourcenschätzung für die Jaslin Main Zone von 357,500 Tonnen mit 10,4 Gramm pro Tonne Gold für 119,000 Unzen ohne Deckelung. Die Goldenpromise Liegenschaft befindet sich in einer Region mit Goldentdeckungen. Das Grundstück befindet sich innerhalb der Exploitsubzone der Neufundland-Dannitschzone. Innerhalb der Exploitsubzone liegt das Grundstück entlang des nord-nordwestlichen Randes der Victoria Lake Supergroup, einem vulkanisch-sedimentären Terren. Zu den Goldentdeckungen innerhalb der Exploitsubzone gehören die von Marathon Gold Corporation auf dem Valentine Gold Projekt, Sukkoman Minerals Corporation auf dem Mosehead Gold Projekt und Newfound Gold Corporation auf dem Queen 2 Projekt. Betrachter werden gewarnt, dass die Mineralisierung auf dem Valentine Gold Projekt, dem Mosehead Gold Projekt, dem Queen 2 Projekt und anderswo innerhalb der Exploitsubzone nicht notwendigerweise auf die Mineralisierung auf der Goldenpromise Liegenschaft des Unternehmens hinweist. Great Atlantic, mit einer Reihe von Liegenschaften in den atlantischen Provinzen, nutzt ein Projektgenerierungsmodell, mit einem besonderen Fokus auf kritische Elemente, die in Atlantik-Kanada prominent sind, wie Antimon, Wolfram und Gold. Aktien handeln bei 0,445 Dollar. Besuche die Website des Unternehmens greatatlanticresources.com. Kontaktiere Christopher Andersson, Präsident und CEO, unter 604-488-3900 oder per E-Mail office at greatatlanticresources.com. Für Investor Relations kontaktiere Endro Job unter 416-628-1560 oder e-Mail office at greatatlanticresources.com. Wenn du dieses Video magst, abonniere bitte unseren Kanal. Ich bin Ebene Nors für Investment Pitch Media.